Heute stelle ich euch wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele vor, nämlich Brass Birmingham. Ich sage euch, wie das Spiel funktioniert, was den Reiz ausmacht und ich nenne euch fünf Gründe, warum ich dieses Spiel einfach großartig finde. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und heute habe ich ein absolutes Highlight im Gepäck. Ein Spiel, was ich wirklich liebe und was ich jedem empfehlen kann, der auf komplexe und vor allem interaktive Strategiespiele steht, nämlich Brass Birmingham. Ist in der Version 2018 bei Roxley Games erschienen, ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren, Dauer wird mit ein bis zwei Stunden angegeben. Autor ist ursprünglich Martin Wallace gewesen, für die Edition hat er sich noch Matt Tolman und Gavin Brown mit dazu gepackt. Denn das Interessante ist, dass hier ist sozusagen ein Nachfolger slash Remake eines Spiels, das bereits 2007 rauskam, nämlich Kohle. Damals war Martin Wallace der Autor und das war damals schon sehr beliebt, insbesondere bei Freunden von Strategiespielen, sah aber nicht besonders hübsch aus. Und 2018 hat dann Roxley Games gesagt, komm wir machen da mal eine Neuauflage, hübschen das Ganze ein bisschen auf. Das kam dann als Brass Lancashire raus und Brass Birmingham ist sozusagen ein Spin-off, was noch eine zusätzliche Ressource mit reinbringt, ein paar Extramechanismen. Ich finde beide Spiele absolut fantastisch, Brass Birmingham gefällt mir ein bisschen besser und deswegen stelle ich euch das hier vor, aber ihr könnt im Endeffekt wirklich mit beiden nichts verkehrt machen. In Brass Birmingham schlüpfen wir in die Rolle von Unternehmern zu Zeiten der industriellen Revolution in England. Und das Ganze spielt über 100 Jahre von 1770 bis 1870 und wir bauen hier verschiedene Gebäude, Produktionsgebäude, verschiedene Fabriken, versuchen die dann auch im Laufe des Spiels aufzuwerten. Wir versuchen Netzwerke zu bilden zwischen den verschiedenen Städten, indem wir in der ersten Ära, der Kanal-Ära, die Städte mit Booten verbinden. Dann in der zweiten Ära über Eisenbahnlinien und dort eben möglichst gut die Sachen miteinander so zu verbinden, dass wir dann geschickt die Sachen verkaufen und aufwerten können. Denn am Ende einer jeden Runde gibt es eine Wertungsphase. Da bekommen wir dann für die Gebäude und auch für die Link-Tiles, also für die Verbindungsplättchen, Punkte. Und wer am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte eingeheimst hat, der gewinnt Brass Birmingham. Der erste Grund, warum mir Brass Birmingham so gut gefällt, ist dieses smoother Gameplay. Obwohl das Ganze wirklich komplex ist, und das werdet ihr auch gleich sehen, was für Gedanken man sich da machen muss, wenn man da seine Gebäude errichtet, ist der prinzipielle Ablauf, wie so eine Runde funktioniert, unfassbar simpel. Man hat am Anfang des Spiels acht Karten auf der Hand und wenn man dran ist, spielt man zwei Karten aus und macht damit jeweils eine Aktion. Auf den Karten sind entweder verschiedene Produktionsgebäude drauf oder es sind verschiedene Städte drauf. Das ist aber auch nur für wenige Aktionen auch wirklich relevant, was da drauf ist. Eine Karte spielen muss man trotzdem immer. Und mit diesen Aktionen können wir aus sechs verschiedenen Sachen auswählen. Wir können entweder neue Gebäude bauen, wir können neue Netzwerkverbindungen erstellen, wir können unser eigenes Tableau weiterentwickeln, wir können Produktionsgüter verkaufen, wir können uns einen kleinen Kredit nehmen oder wir können uns kleine Joker-Karten nehmen, um uns dann für den nächsten Zug ein bisschen aufzurüsten und uns dann mehr Flexibilität zu geben. Und das war es auch schon. Man macht dann meine beiden Aktionen, zieht zwei Karten nach und der nächste ist dran. Und das geht so lange, bis so ein ganzer Stapel von Karten aufgebraucht ist. Am Ende zieht man dann auch nicht mehr nach, sondern man spielt dann noch seine Handkarten runter und dann ist die Ära auch schon vorbei. Und dann gibt es eine Wertung und in der zweiten Ära mischt man alle Karten wieder zusammen, jeder kriegt wieder acht Karten und dann wird das Ganze nochmal gemacht. Und das ist im Endeffekt erstmal nur der Ablauf. Da sind keine komplexen Schnörkel irgendwo mit drin. Klar, es gibt noch eine kleine Einkommensphase dazwischen, die Spielereihenfolge wird noch ein bisschen adaptiert, aber das ist alles relativ simpel und das Ganze geht einem so einfach von der Hand, dass man meistens gar nicht das Gefühl hat, man spielt hier ein komplexes Strategiespiel, weil es einfach so einfach ist. Grund Nummer zwei, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, ist dieser extrem hohe Interaktionsgrad zwischen den Mitspielern. Ich habe es ja ein bisschen schon anklingeln lassen. Wir bauen hier auf dem Feld verschiedene Gebäude, Fabriken, Kohlebergwerke, Eisenfabriken, Baumwollfabriken, Brauereien und in jedem Ort gibt es eine bestimmte Menge von Bauplätzen und die sind auch schon vorgegeben, was man da bauen kann. Entweder gibt es da nur eine Art von Gebäude, die drauf passt, manchmal sind es auch vielleicht zwei und sobald ein Gebäude dort liegt, liegt es da und dann kann kein anderer mehr dahin. Das heißt, wir haben erstmal schon mal einen Wettstreit, in welchen Städten möchte gern wer was bauen, weil das natürlich auch extrem wichtig ist, wo wir uns dann anschließen und wie wir uns verbinden. Aber das ist noch nicht alles. Auch die Verbindungsstrecken können immer nur von einem Spieler belegt werden. Das Gute ist dann, dass dieses Netzwerk teilweise auch für alle gilt. Also wenn zwei Städte miteinander verbunden sind durch ein Boot, dann sind die auch für mich verbunden, auch wenn jemand anderes dieses Boot gespielt hat. Nichtsdestotrotz bekomme ich am Ende des Spiels oder einer jeden Ära auch Punkte dafür, für diese Verbindungslinks und je nachdem, wie viele Produktionsgebäude da schon in den anliegenden Städten liegen, kann das extrem viele Punkte wert sein. Also auch da streiten wir uns quasi um diese verfügbaren Plätze. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir eben auch mit allem, was da gebaut wird und mit allen Verbindungsstrecken, wir auch den anderen Spielern was Gutes tun. Und das ist gerade dann interessant, wenn es darum geht, dass wir Ressourcen verbrauchen. Es gibt zwei Grundressourcen. Es gibt einmal Kohle, die entsteht dann, wenn wir neue Kohlebergwerke bauen. Da kommt eine bestimmte Menge an Kohle, Würfeln auf dieses Plättchen. Und Eisen ist das Zweite. Das sind so orange Cubes, die kommen auch dann auf das Plättchen, wenn wir das gebaut haben. Und jetzt kommt das Interessante. Diese Ressourcen, die auf dem Brett liegen, die sind nicht nur für mich, die sind theoretisch für alle Spieler verfügbar. Und zwar kann man Kohle dann verwenden, wenn man eben beim Bau eines Produktionsgebäudes Kohle benötigt und man irgendwie eine Streckenverbindung zu diesem Kohlebergwerk aufrechterhalten kann. Beim Eisen ist es so, da kann ich theoretisch von jedem Eisenwerk irgendwo auf dem Spielplan mir die Cubes runternehmen, weil einfach Eisen leichter zu transportieren war damals. Und bei den Brauereien, denn auch das ist wichtig, die stellen Bier her und das braucht man dann beim Verkaufen von Produktionsgütern. Da ist es so eine Mischung. Da kann ich auf meine eigenen Brauereien immer zugreifen, egal ob die angeschlossen sind an meinem Netzwerk. Aber ich kann auch auf Fremde zugreifen, wenn die irgendwie Teil dieses Netzwerks sind, auf die ich zugreifen kann. Und das Interessante ist jetzt, dass man sich auf der einen Seite dort Ressourcen wegnimmt, die andere sich da mühsam gebaut haben und eventuell den dann den nächsten Zug vermasselt, weil der dann die Ressourcen nicht hat. Gleichzeitig hat aber auch mein Kontrahent einen Benefit, wenn nämlich alle Würfelchen oder dieses kleine Bierfässchen von dem Plättchen runter ist, dann wird dieses Plättchen gedreht und dann wertet es erst in der Wertungsphase. Also man ist selber daran irgendwie interessiert, dass die eigenen Plättchen umgedreht werden. Aber ob man das jetzt selber machen will oder ob man das die Mitspieler machen lassen will, das hängt ganz von der Situation ab. Es gibt Situationen, da baue ich ganz bewusst irgendwo ein neues Eisenwerk, weil ich schon merke, alle meine Mitspieler, die brauchen gerade Eisen. Und dann holen die sich das bei mir und ich kriege einfach ein neues Plättchen umgedreht und kriege dafür Punkte. Manchmal ärgert es mich aber irgendwie total, dass mir jemand das wegnimmt, weil ich mir meinen Zug so vorbereitet habe, weil ich auf diese Ressourcen zugreifen will. Und das ist so spannend, weil es irgendwie die ganze Zeit sich von dem Board-State ändert und man wirklich immer gut antizipieren muss, was bringt mir jetzt mehr? Leuten was zur Verfügung stellen oder Leuten was wegzunehmen, Sachen selber zu verbrauchen, Leute in die Versuchung bringen, Sachen von mir zu nehmen. Und alles ist miteinander verwoben und bringt immer quasi dieses Spielbrett und diesen ganzen Status einen Schritt weiter voran. Und man muss jedes Mal wieder neu überlegen, in welche Richtung das geht. Das ist ein Grad von Interaktion, wie ich es aus keinem anderen Strategiespiel kenne. Es ist konfrontativ, aber nicht zu konfrontativ. Und das Coole ist eben, dass bei allen Sachen, die ich in Anführungsstrichen anderen Spielern antue, die tendenziell auch einen Benefit davon haben. Die Frage ist immer nur, was ist quasi größer? Und das hängt von der Spielsituation ab. Es ist wirklich hochgradig faszinierend. Ich könnte darüber stundenlang sprechen, aber ich glaube, ich habe den Punkt jetzt klar gemacht, warum das einer der Gründe ist, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Der nächste Grund, warum mir das Spiel so gut gefällt, hat was mit diesen beiden Eras zu tun. Und ich habe schon gesagt, das Spiel ist in zwei Eras eingeteilt. Erst die Kanal-Ära, da versuchen wir alles mit Schiffen über Schiffswege, also über Wasserwege zu verbinden. Und dann kommt die Eisenbahn-Ära. Der Clou ist, wenn wir quasi die erste Ära zu Ende gespielt haben und unsere Wertung gemacht haben, dann werden alle Schiffe vom Spielplan genommen. Alle Netzwerke sozusagen werden quasi wieder reduziert. Und alle Gebäude, die der Stufe 1 angehören, werden auch vom Spielplan runtergenommen. Also nur wenn ich in der ersten Ära schon höherwertigere Gebäude gebaut habe, bleiben die stehen. Das ist für viele am Anfang erstmal ein Schock, wenn man das zum ersten Mal spielt, weil tatsächlich ungefähr 70-80% des Bretts wieder runtergerissen werden. Und man muss sich dann wirklich schon sehr gut überlegen, was man da baut und wo man das hinbaut und wie man vielleicht schon die nächste Ära vorbereitet. Und auch das ist eigentlich total spannend. Das führt eben auch wieder zu diesem schon erwähnten sehr smoothen Gameplay, weil das Ganze auch nicht zu komplex wird auf dem Brett. Aber trotzdem ist es so, dass nicht einfach alles abgeräumt wird und wir machen halt eine neue Runde, sondern gewisse Sachen bleiben schon stehen. Und man muss sich in der ersten Ära schon wirklich genau überlegen, wo baue ich was hin und will ich vielleicht eine bestimmte Art von Produktionsgebäuden irgendwie frühzeitig entwickeln, damit ich auch teurere Sachen schon hinbauen kann, weil mir dieser Spot sehr wichtig ist. Also das ist auch etwas, was ich in anderen Spielen so noch nicht gesehen habe und was mir wirklich extrem gut gefällt. Der vierte Grund, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, hat so ein bisschen auch was mit den anderen Gründen zu tun, aber ich möchte es hier nochmal explizit erwähnen, wie genial ich es finde, dass man wirklich bei jeder Aktion, die man macht, hier eine interessante Entscheidung zu fällen hat. Wirklich alles, was man macht, ist relevant und immer davon abhängig, was gerade auf dem Board passiert und was die anderen Spieler gemacht haben. Es ist eine sehr gute Mischung aus Strategie und Taktik. Auf der einen Seite kann ich mir am Anfang auch überlegen, welche Richtung will ich mich diesmal entwickeln. Will ich zum Beispiel irgendwie eher der Brauer sein, der das Bier bereitstellt oder möchte ich irgendwie versuchen, alle meine Eisensachen aufs Feld zu bekommen oder eben doch eher wie in Baumwolle zu investieren, weil ich dafür sehr, sehr viele Punkte bekomme. Und natürlich muss man sich die Sachen auch entsprechend vorbereiten. Wo baue ich dann? Wie baue ich meine Netzwerke? Aber das allein reicht nicht. Man muss wirklich auch taktisch denken. Man muss wirklich jedes Mal, wenn die anderen am Zug waren, überlegen, was passiert jetzt gerade auf dem Brett? Wie kann ich die Situation jetzt zu meinem Vorteil ausnutzen? Wie kann ich irgendwas vorbereiten, andere Leute irgendwie dazu locken, mir etwas abzukaufen? Und das ist die ganze Zeit im Fluss und es gibt hier keine toten Züge, also wenig tote Züge. Man hat immer das Gefühl, ich werde hier gefordert. Ich muss hier am Ball bleiben. Ich muss immer gucken, was die anderen machen. Ich muss darüber nachdenken, was ist jetzt in dem Moment die beste und klügste Entscheidung? Und das ist einfach absolut fantastisch, weil genau das möchte man in so einem Spiel auch haben. Downtime gibt es natürlich in dem Sinne, dass ich warten muss, wenn die anderen Spieler dran sind, dass ich wieder am Zug bin. Aber auch hier ist es so, ich finde es einfach total spannend, was die anderen machen. Mich interessiert das. Baut der jetzt in der Stadt da? Verbaut der mir dieses Feld? Kriege ich jetzt plötzlich irgendwo überhaupt Eisen her und muss es nicht selber bauen, damit ich es in meinem Zug verbinden kann? Also diese Sachen sind wichtig und deswegen ist man auch die ganze Zeit involviert in das Spielgeschehen. Das ist absolut großartig und ich finde es bei einem Spiel, was auch ein bisschen länger gehen kann und was so komplex ist, auch sehr, sehr relevant und wichtig. Und zu guter Letzt muss ich einfach auch noch auf Artwork und Komponenten eingehen, weil die einfach wirklich topnotch sind. Insbesondere dann, wenn man es mit dem Original-Kohle vergleicht. Das war auch mechanisch nicht so ganz auf der Höhe wie die beiden neuen Spiele jetzt, insbesondere Brass Birmingham. Aber es sah auch vom Artwork wirklich total schrecklich aus. Und das hier sieht wirklich toll aus. Also dieses Thema Industrielle Revolution kommt richtig gut rüber. Es gibt auch zwei verschiedene Spielplanseiten, sowohl für den zentralen Plan, als auch für die eigenen Tableaus. Einen Tag- und eine Nachtseite, die schauen auch unterschiedlich aus. Die Ressourcen sind super, wenn man quasi die Upgrade-Components hat vom Kickstarter oder sich die nachgekauft hat, hat man auch so schöne Poker-Chips. So richtig schön schweres Geld, was ich persönlich auch für andere Spiele mittlerweile verwende. Also das steht hier auch einfach immer rum. Und wenn irgendwo Pappgeld oder noch schlimmer Papiergeld drin ist, dann nehme ich auf alle Fälle lieber diese Chips. Man klackt dann auch die ganze Zeit wie beim Poker immer damit rum. Und das Schöne ist, dass diese ganzen Komponenten nicht nur gut ausschauen, sondern man hat auch wirklich gemerkt, die haben sich bei der Ikonografie und bei der Übersichtlichkeit auf dem Brett auch wirklich was beigedacht. Es steht wirklich alles schön beschrieben drauf. Man muss irgendwie selten irgendwas nachlesen. Und dadurch, dass man sozusagen diese unterschiedlichen Komponenten hat, also diese schwarzen Cubes und diese orangen Cubes, die einem wirklich schon so anstrahlen vom Brett aus, sieht man auch immer, wo aktuell was zur Verfügung steht. Auch die Farbwahl der Mitspieler lässt mich auch die Netzwerke gut unterscheiden. Die Pokerchips kann ich immer auch relativ gut absehen, wie viel die wert sind. Also ich kann bei den anderen Spielern sehen, wie viel Geld die noch zur Verfügung haben. Ist auch dann wichtig, weil alles Geld, was man ausgibt, wird quasi auf der Spielereihenfolgeleiste auf meinen eigenen Marker gelegt. Und am Ende wird anhand dessen, was man ausgegeben hat, die neue Spielereihenfolge bestimmt. Da ist ja auch wichtig, dass ich nicht immer genau das in die Hand nehmen muss und durchzählen muss. Also auch das kann ich von der Entfernung ganz gut sehen. Und man merkt einfach, die haben sich hier wirklich was bei gedacht und haben nicht nur irgendwie schöne Komponenten genommen und darauf geachtet, dass das Artwork toll aussieht, sondern dass es auch wirklich hochgradig funktional ist. Und das Schöne ist, in der Retail-Version kommt es auch noch in einer extrem kleinen und schlanken Box. Also auch da ist kein Platz verschwendet. Es macht wirklich optisch was her und es bringt das Spielerlebnis dadurch auch nochmal voran. Ja, das waren jetzt mal fünf Gründe. Ich könnte wahrscheinlich in dem Fall sogar noch mehr nennen, warum ihr Brass Birmingham so gut gefällt, wenn ihr komplexe Strategiespiele mögt. Und wenn ihr das gar nicht mögt, dass man irgendwie nur so vor sich hin baut und am Ende guckt, wer hat die meisten Punkte und es gibt kaum Interaktion. Sondern wenn ihr wirklich mit euren Mitspielern in Interaktion treten wollt, dann müsst ihr euch Brass Birmingham unbedingt mal anschauen. Und es ist zu Recht ein absoluter Klassiker mittlerweile im Bereich der Strategiespiele und eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das war's von meiner Seite und ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!